Musik Mit dem Durchschneiden des Bandes um Punkt 10 Uhr am Haupteingang haben wir traditionell die Truna 2011 eröffnen können. Da werden Geschäfte gemacht und Geschäfte macht man umso besser, je besser man sich präsentiert. Man bekommt dabei schon so das Gefühl, dass diese Gewerbeschau nicht nur etwas Besonderes sein soll, sondern eines der Highlights in der Region. Wir sind die Firma Physiotherm, wir sind Weltmarktführer in Sachen Infrarot-Technik. Wir sind mit Sicherheit schon zum 12. Mal auf der Truna, das heißt 24 Jahre. Wir als AUK, die Gesundheitskasse, sind natürlich bei der 17. Truna Gewerbeschau auch dabei. Also HB Cosmos ist ein Unternehmen, das seit 22 Jahren tätig ist im Bereich von Laufbahnbau für Medizin und Sportbereich. Wir sind seit etwa 10 Jahren auf der Truna. Wir haben einfach den Hintergedanken, dass es eine Trauensteiner Messe ist und da sollten sich doch auch die Trauensteiner Firmen irgendwo präsentieren. Teilweise ist es so, dass nach einem Jahr noch Leute kommen, die uns auf der Truna gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!